Durch den Fochnitzgraben Bogen unter Alm Bogen unter Alm Bogen Griesenhofer Bogen Griesenhofer Abzweigung in den Fochettgraben Bogen Griesenhofer Vielen Dank. Vielen Dank. Links weiter auf Asphalt entlang des Proseggbaches. Links. Abzweigung beim Wirtshaus Prosegg. Links beim Wirtshaus auf Forststraße. Vielen Dank. 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 Gasthof auf der Schanz. Gasthof auf der Schanz. gerade hinauffahren. Vielen Dank. Vielen Dank. Am oberen Ende der Wiese geht es links auf Schotterstrasse weiter. Vielen Dank. Vielen Dank. Bei der Gabelung rechts weiter. An der Auffahrt zwischen Teufelstein und Hochbürstling. Schaf. Schaf. Scharf rechts im Traktorweg. Scharf rechts im Traktorweg. Und am scheinbaren Ende des Traktorwegs links durch den Wald zum Kammweg am Heuerberg. Scharf rechts im Traktorweg. Bei der Gabelung links auf grobsteinigem Weg auf den Hochgürstling. Für die meisten eine Schiebestelle. Geht ein Kreuz. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Der optional zu befahrende Wanderweg parallel zur Straße zum Berggasthof Steinklal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020